Willkommen zu einer neuen Folge. Auf meinem Kanal Rams ist der Dicke und seit ein paar Tagen habe ich diesen mysteriösen Brief bei mir hier rumliegen. Da steht vorne ganz groß und fett meine Adresse drauf. Hinten drauf steht einfach Absender Raid Boss. Was war da denn los? Absender Raid Boss und dann ist hier so Panzertape drauf. Hier, hier, warum? Wird da was überdeckt, was man nicht sehen darf? Ist das zugeklebt damit, dass es zu bleibt? Weil normales, durchsichtiges Klebeband reicht ja nicht aus. Den Brief anschlecken reicht auch nicht aus. Was ist schon wieder los? Alles wird gut, Adi. Alles wird super. Was sagst du dazu? Raid Boss, genau der Drogenspürhund, riech erst mal. Ist da was Außergewöhnliches dabei? Da, oh, da hat er die Witterung aufgenommen. Das wird ja schon ganz hibbelig. Guckt euch das an. Irgendwas ist auf jeden Fall in dem Brief. Das war die falsche Seite. 80 Cent hat es gekostet, den herzuschicken. Ich weiß nicht, was drin ist. Ich habe keine Ahnung, von wem der kommt. Flexstrom wollte meine Adresse, der wollte mir mal was schicken, aber der hat erst vor ein paar Tagen ein Bild von einem Karton gepostet und gesagt, einen Karton habe ich schon mal, ne? Das kann also nicht von Flexstrom sein. Ich habe keine Ahnung, ich mache das jetzt auf und bin gespannt, was mich da erwartet. Alles, alles neu, alles frisch, ne? Guck mal da, wir gucken mal rein. Alle zusammen. Der Brief ist leer. Und hier ist ein, ähm... Oha! Was war da denn los? Das sind einfach... Das sind einfach 30 Euro drin. Muss ich gleich wieder beim Arbeitsamt angeben als Schenkung, ja? Oder was macht man damit? Das ist ja kein... Ich bin ja kein, äh... Ich bin ja nicht selbstständig und verdiene regelmäßig Geld. Wenn mir jemand aber 30 Euro gibt, als was gebe ich das denn an? Ich weiß es nicht. Ich hoffe, du kannst etwas damit anfangen. Viele Grüße, Jens, in Klammern, Raid Boss. Da ist also der Zettel. Normalerweise kriegen die Leute Angst, wenn die Post bekommen. Und da ist einfach sowas reingeschrieben. Das sind meistens Moddrohungen oder sonstige Sachen dabei. Ich hoffe, du kannst etwas damit anfangen. Viele Grüße, ne? VG, Jens, Raid Boss. Das ist auf jeden Fall sehr cool. Dankeschön. Natürlich kann ich was damit anfangen. 30 Euro sind schon wieder 30 Raid-Pässe. Sprich, eine ganze Raid-Mania-Folge, in der ihr mich einladen könnt. Beziehungsweise wollen wir am Wochenende, am Freitag zum Biala fahren. Freitag, Hotel, Samstag, Hotel, Sonntag zurück. Samstag mit Biala den Tag verbringen. Mit Biala mal Burger testen. Mit Biala den Raid machen. Mit Biala Videos drehen. Wenn er das möchte, kann ich ihn nicht zwingen, ins Rampenlicht zu drehen. Guck mal, beim Adi, da muss man immer, wenn man das sieht, da muss man immer den Fuß festhalten. Guck, immer den Fuß festhalten. Nein, bleib drin in deinem bräunigen Waschbecken. Nein, lass mich in Ruhe. Ich halte dich fest. Hilfe, Polizei. Ja, ist doch gut, guck. Nein. Auf jeden Fall Dankeschön für die... Auf jeden Fall Dankeschön für die 30 Euro. Ich habe auch, mich haben andere Leute auch schon gefragt, ob sie mir auch Google Play gut haben schicken können oder irgendwas. Das ist natürlich auch eine riesengute Sache. Denn wie gesagt, es ist ja immer noch so, wenn ihr auf YouTube spendet, dann zwackt sich YouTube 30% der Spenden ab. Sprich, wenn ihr 10 Euro spendet, kriege ich nur 7 Euro und YouTube behält einfach 3 Euro. Wer bei Paypal mir aber spendet, da kriege ich das ganze Geld, was da ist. Das steht ja immer da, Futter für Adi-Spenden. Ihr seht, der ist hungrig, der hat Biss. Da kommt alles an. Und wenn ihr mir natürlich eine Google Play Card schickt oder einen Code von der Google Play Card abfotografiert und mir schickt, das haben auch schon einige gemacht. Das fand ich auch sehr cool. Die wissen, ich kann mir davon kein Essen kaufen, aber ich kann davon Coins kaufen, Inhalte für Pokémon Go. Und das kommt am Ende ja auch wieder euch zugute. Denn je mehr Coins ich habe, desto mehr kann ich da investieren und kann wieder Spielinhalte für euch zeigen. Diese 30 Euro werde ich erstmal in mein Portmonee stecken. Vielleicht kann ich mir da den richtig dicken, fetten Aschaffen Burger in Aschaffenburg bestellen. Der hat nämlich 3 Scheiben Fleisch drauf, wie ich gesehen habe. Da gibt es nämlich so ein Burger-Restaurant. Und da gibt es einen Burger, der heißt Aschaffen Burger. Und der kostet, glaube ich, 17 Euro. Kann ich mir natürlich jetzt einfach mal gönnen. Kann ein Video dazu machen, wie ich den Aschaffen Burger teste. Wie der schmeckt, wie der aussieht. Hab noch ein bisschen Trinkgeld für die Reise zum Biala. Damit wir dort vielleicht noch irgendwas, wie gesagt, je nachdem was uns erwartet. Also Dankeschön an Jens. Dankeschön an den Raid-Boss Jens. Grüße gehen raus. Küsse gehen raus. Liebe geht raus. Der Adi freut sich auch. Platt wie eine Flunder. Der hängt einfach da. Adi, lass dich doch nicht so. Ja, oh ja, ja, da ist schon wieder Krümel im Auge. Krümel. Da müsst ihr ja immer rumwühlen, bis die ganzen Krümel da aus dem Auge wechseln. Und bei dem anderen auch. Ah, danach sieht es doch aber viel besser aus. Adi. Fühl dich bedrängt. Das hat aber fein gemacht. Das war es von meiner Seite aus. Ah. Beruhig dich doch. Adi, nein. Adi, nein. Da, guck das. Das bist du. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut euer Ramses. Und wenn ihr mir was schicken möchtet, könnt ihr das gerne tun. Wer meine Adresse dafür möchte, wer mir Moddrohungen schicken will, könnt ihr das gerne tun. Wer mich besuchen will, könnt ihr das gerne tun. Wer mir Google Playguthaben schicken will. Bei Paypal, alles. Könnt ihr gerne tun. Alles auf freiwilliger Basis. Ich freue mich natürlich trotzdem über jeden Support. Über jede Geste, die da von euch zurückkommt. Das war es aber jetzt wirklich. Pups, Brüttes. Guckt euch das an. Wir warten jetzt, bis Pupsi kommt. Und dann ist heute Abend noch. Chill mit Ramses. Seid dabei. Heute gibt es wieder was zu gewinnen. Bis zum nächsten Mal.